und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde dead state ja wir spiel weiter wir sind im hotel immer noch und gucken mal was hier so los ist ich weiß gar nicht wir sollen ja hier irgendwie irgendwann holen bin ich mal gespannt aber ich noch irgendwie jemand der tragen der dekant tragen dann geh mal bitte vor dass noch ein datasheet kannst du mal reloaden du auch du hast keine muni mehr okay erstmal lohnen ist immer gut problem ist nur ich weiß nicht wo ob hier noch irgendwo gegner sind gegner was man ja nie aber klar wo denn auch da draußen steht einer okay nur dann du stellst mir bitte direkt an der tür da kommt einer rein ist doch erst mal ein so manz christ 2 so berlin und hat dazu zwei türen sehr schön und auch mal hier rein da kommt auch war klar aber ich will das mit einer mit der koppel shot kann aber den critical strike wow boah ich stirb doch einfach mal geht doch du bist auch noch eine bis zwei so da sind aber noch mehr noch mal set active knall dir mal bitte um danke da kommt einer irgendwo muss man teilen so das sollte erst mal reichen gucken wir mal ob da mal einer reinkommen noch da kommt noch einer jetzt auch da bleibt auch nicht schlecht verdammt ich sehe hier gerade kein das natürlich schlecht aber hey ist doch gut junge los mit dir jetzt aber ja super gerade der fällt um gerade der scheiße ja toll jetzt schießen wir daneben weil du bist ja auch der king fall doch um fall doch um was ist denn los mit dir so ne kacke am injured ja toll hast du vielleicht irgendwas bei nein toll sharpshooter ja kannst du da ist noch ein medic ja toll du kannst jetzt einmal schießen und das war der kacke hm hm ist natürlich schlecht auf wen schießen die ach du scheiße super jetzt schießen die auch noch den das ist ja richtig asozial ey ich muss den irgendwie wieder aufheben da da das ding brauche ich gerade mal eben item item da sehr gut so ich hoffe ja steht da wird es wieder auf das ist schon mal gut ich bin mal überlegen schaffe ich das da eine granate rein zu schmeißen irgendwie ne ne so wenn ich hier hingehe dann vielleicht verdammt treffe ich meinen mit ne mist habe ich noch irgendwas vielleicht irgendwas an sachen ne natürlich nicht mist kacke verdammte komm warum denn nicht jetzt kommt er wieder ja super super toll geht doch wenn es wieder ein hunger und jetzt ist das ja sicher komm bitte danke danke ich muss mit dem ominen abhauen immer da hinten in der ecke bitte der kann auf nichts schießen ey der ist almost dead dann fällt er mal jetzt stirbt doch danke mein gut er schießt immer noch auf mich was ist denn los mit dir ey ist bald gut ey ist doch zum kotzen ne ich weiß das kriege ich nicht hin boah falle doch um haaa oh das gibt es nicht ne das gibt es echt nicht der schießt die ganze Zeit auf mich ey gibt es doch gar nicht so jetzt aber komm jetzt halt immer ein bisschen voll ey geht doch sehr schön sehr schön gemacht so jetzt Paul bitte geht doch dankeschön ach so ich hab das ja selbst sogar cool achso das ist die regina ups du kannst das wieder haben das auch noch das auch noch achso habe ich noch irgendwas hat so der wick der wird auch mal verarztet hier und die regina auch nochmal puh das war echt anstrengend das war jetzt anstrengend der kampf kann sowieso nichts mehr tragen aber der war wirklich anstrengend da muss man ja sagen tötet die mal bitte so soll doch mal gucken was die für muni da haben weil muni äh Waffen brauchen wir ja eigentlich nicht ey könntest du mal sterben danke der hat zum beispiel die das ist schon mal sehr geil so das heißt der paul der kann doch schon mal dahin weil dann ist mich die waffe die können sie doch mal mitnehmen kann man die eigentlich irgendwie entladen download ja sehr schön da kannst du ja immer reloaden sehr gut sag mal sonst noch hier pump gun das kann mit der kann auch mit weil den haben wir nicht mehr leg protector sowas gibt es ok tactical arm guards den railroad haben wir brauchen wir und die tactical west auch noch sehr schön aber das ist ja ein leg guard auch hier oder was ah cool die wiegen nur ein die wiegen auch nur ein aber warum nur zwei hm das haben wir wie ich nur zehn aber pass mal ob das machen wir anders wir ziehen die jetzt mit dem an weil ihm einiges besser ist ach ne der ist ja der SWAT gear stimmt aber die nehmen wir trotzdem mit weil die geil ist warte haben wir hier noch da ist noch eine die nehmen wir auch mit you can carry that much was ist das ach ein teleskop stab ne sold scheiße machen wir mal hier unload aber die können wir auf jeden fall mitnehmen weil die haben wir die haben wir nicht kaum noch ähm das ist das problem die akadie haben wir ohne da haben wir richtig viele von das hat nicht 762 oh sehr cool sehr cool weil dann kann die nämlich hier bleiben da ist nur ein schuss drin EMT kit den nehmen wir auch mit den nehmen wir auch noch mit messer brauchen wir eigentlich nicht die machete sollte man noch hier rumfliegen den axtmann der andere antibiotika bei ja riot gear das ist aber viel zu schwer verdammt verdammt ey wir haben echt zu viele sachen hm die frage ist die hat jetzt noch eine combat shotgun die brauchen wir ja doch die nehmen wir mit die nehmen wir auch noch mit der kann eigentlich hier bleiben die waffen die können eigentlich hier bleiben das ist echt blödsinn gucken wir mal die können hier bleiben das kann hier bleiben die eigentlich auch davon haben wir genug ja gucken wir mal gucken wir mal hier ist auf jeden Fall richtig viel drin das war wahrscheinlich nicht alles mit kriegen leider und die können immer noch upstairs gehen krass das ist echt der hammer baseball schläge brauchen wir nicht kann hier bleiben ja das war klar war 20 brauchen wir auch nicht mehr schauen wir mal hier rein das war zu essen brennen ja toll super und da dran gehen danke aber du kannst ja mit dem sehr gut müssen wir schauen die schuhe können hier bleiben tja da ist so richtig viel hier das ist auch upstairs ah ne da kommen wir gar nicht hoch aber wir sind doch hier runter gekommen ach ja da go downstairs da ist ein datasheet das ist nicht schwer da ist noch eins ich glaube wir müssen das weg bringen aber ich glaube wir haben so viel ach der hat das Riot Gear noch mach da mal weg so was du kannst das Riot Gear mitnehmen aber die Sachen nicht die Schuhe brauchen wir auch nicht oh man ey viel zu viele Sachen hier vor allem viel Futter das will ich nicht hier lassen das ist das Problem hm 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 ja da war nämlich jetzt wieder hm 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 geht nicht anders weil wir sonst nicht alles mit kriegen mitbringen können oder mitnehmen können deswegen werden wir hier einfach mal zurück und zum shelter fahren und alles ausladen dann werden wir mal sehen müssen wir wohl so wie wir noch mal hier reingekommen wohnert nummer menschen wohnen wo sind wir noch mal hier ich wollte sagen warum komme ich hier nicht raus hier sind wir glaube ich reingekommen ne ja sag ich doch und go downstairs jawoll raus da ne warte mal sind wir nicht wir sind durch die fenster reingekommen naja eben hier ist nämlich der 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 keller oder stehen welche oder hoch bin ich doch danke gut dass sie uns jetzt nicht gesehen haben das wäre jetzt übel geworden wir sind durch ihren fenster reingekommen werden meine ich bin ich mir zu sicher komisch wir sind doch hier irgendwo reingekommen da glaube ich oder auch downstairs hä wo sind wir denn hier reingekommen wir sind doch hier durch so ein fenster reingekommen da bin ich mir sogar sehr sicher oben kann das nicht sein wir sind schon einmal runter gegangen einmal langage da war es nicht ach da wollen also doch go outside geht doch man besuchte den kipparsch ich glaube das auto ist auch voll gewesen wenn ich mich recht erinnere so dann wollen wir mal kurz hier zum auto dacke wir sind ja noch dabei da oben alles zu durchsuchen da soll wir von riesengebäude muss ich sagen aber wirklich ein riesengebäude und ja das auto ist auch voll sage ich doch dann fahren wir einmal zum shelter zurück wir müssen sowieso uns mal heilen wo war denn da hinten genau trailer park ok ok so spät ist das schon krass komisch so spät so spät aber egal ist dann so so spät 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 und regina select all und rüber die frage ist die hat jetzt sowas das heißt ich könnte der ja auch eine vernünftige weste geben vor allem auch leichter sind weil dieses sport geht zum beispiel ist jetzt nur nur 8 10 schwer so so stiefel schinger aha der paul hat die lecker hat es an du hast auch eine tactical west an aber du kannst auch die sport gehen ziehen auch ein bisschen leichter sehr gut ich habe ja sowieso schon an sehr gut also regina hast du noch sachen sehr schön auto krieg sowieso nicht alles weiß ich kann dann sein dass jetzt die der foto und so ein vernünftig rüber geht so wie es aussieht so lektor über wie viele waffen wir haben das ist der hammer allein wie viel rüstung wir haben das ist echt der hammer für waffen wir haben mein gott so wenn wir meinen tag überspringen das sollte ja erst mal reichen und die folge zur schule mein gott die folge schon dabei schlimm ja danke 180 moral und 1000 fast immer wieder war 1000 futter nahrung sehr schön sehr schön was ach so jetzt kommen die hier okay aha aha naja ab zu wenig essen ist hallo ich glaube habt so als haben wir zwei neue mitbewohner den fort und die darlin das wusste ich auch dadurch auch schon gelesen dass sie kommen aber ich habe jetzt auch keine jobs mehr zu verteilen also ist das so ne uliss ist vor ort und darlin keine ahnung darlin genau gut dann würde ich sagen wir fahren wieder zurück oder warte mal gucken wir erst mal wie sind unsere party aus 61 von 110 jetzt ist so leiter die merks da sind auch ein paar gegner von uns und der der ist auf jeden Fall müde die regina und der wick auch das ist nicht schlecht das ist schlecht aber da müssen wir mit klarkommen weil ich auch keine lust habe hier jetzt umzubauen ich denke mal kriegen wir hin das kriegen wir hin wir haben noch ein paar granaten haben wir auch noch dann fahren wir wieder dahin gucken wir mal können wir nebenbei noch mal kurz dahin fahren schauen noch mal ob wir jetzt mal eigentlich mit denen reden können und haben wir gerade sowieso unterwegs und dann fahren wir weiter zu den outskirts und gehen wieder in ein hotel und der leader ich weiß nicht ob der leader vielleicht auch im keller ist da standen richtig viele leute die leben immer noch kann immer noch über die beiden damit dem reden tja weiß nicht ob das vielleicht ein bug ist oder so ich habe keine ahnung aber denn da wird heute mal eine längere folge was soll's was wollen sie hunde klar hunde da dauert er wieder so lang so du bist aber mit dem baseball schläger ein und du auch mit dem weil das blödsinn jetzt hier mit der knarre so na komm mal ran na komm gedutscht sehr schön aber du kriegst das mal ein, du kriegst zwei so du bist oder wäre es mal ein, nein oh, ups ja die treffen jetzt natürlich schlechter will die halt diese müdigkeit haben die sind die buff so, dann stirbst du mal danke so, da kommt der nächste hund hunde sind natürlich, ja wild dogs auch genannt denke ich mal, das hat wild dogs sind so, du gehst mal da hin du willst mal den hauen sehr schön dann du den das war klar haben wir den critical strike sehr gut so hey hey hundi hundi der paul der der gierige jetzt haben wir uns noch mal treffen können toll und sehr gut jetzt kommt er wieder sehr gut kommen das war klar geht doch du triffst doch sowieso kein scheutentor danke ich glaube die am lud haben die sowieso nie dabei ich meine nicht sage ich doch also ist ja nix zu bluten nix zu bluten frech 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 so dann fahren wir weiter hier so dann speichern wir und dann machen wir uns in der nächsten folge wieder dann gehen wir wieder ins hotel und sind da mal wieder ein bisschen am werkeln und wie immer sage ich zu euch wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wird ein schöner tag ein schöner abend wie auch immer wir sind zum nächsten mal bei einer runde dead state schüssingen